Hallo Amas Restaurant, was kann ich für Sie tun? Hallo, hier ist die Frau Cooks und ich möchte bitte 20 Schweine Wings bestellen. Oh, leider haben wir keine Schweine Wings, wir haben nur Chicken Wings und Rippchen. Ich möchte bitte keine Chicken Wings, sondern Schweine Wings. Oder würde ich jetzt gerne mit deiner Chefin sprechen? Oh, leider ist meine Chef nicht da, vielleicht können wir morgen anrufen oder später. Okay, alles klar, danke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. Oh, Schweine Wings. Was ist das? Ich habe es noch nie in meinem Leben gehört. Jetzt schicke ich das meinen Chefin sofort. Ja, ich habe es meinen Chefin geschickt. Sie kann das einfach vorlesen. Ich habe es noch nie gehört in meinem Leben. Sie kann das ja auch ruhig sagen. Ich habe es gemerkt. Alles klar, was wir sehen. 00 Uhr, in ihrem Olá. Untertitelung des ZDF, 2020